Lenin, 1870 bis 1924, Anfang 1917. Es gärt in St. Petersburg unter den Frierenden, vom Hunger geplagten Arbeitern und Soldaten. Seit fast drei Jahren führt das Zarenreich Krieg gegen die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn. Ein Ende ist nicht in Sicht, die Not des Volkes wird immer größer. Ende Februar kommt es zu einem Volksaufstand, dem sich auch die Soldaten in der russischen Hauptstadt anschließen. Eine Revolution beginnt. Der verhasste Zahn Nikolaus II. wird zur Abdankung gezwungen und die Aufständischen formieren sich in sozialistischen Arbeiter- und Soldatenräten. Die politische Macht übernimmt jedoch fürs Erste eine bürgerlich geprägte provisorische Regierung. Lenin, einen der führenden Köpfe der russischen Sozialisten, erreicht in Zürich die Nachricht vom Ende des Zarenreichs. Der 46-Jährige, der seit beinahe 20 Jahren nahezu ununterbrochen im Exil lebt, ist wie elektrisiert. Endlich ist sie da, die historische Chance, erstmals eine Diktatur des Proletariats zu installieren. Doch was machen die Genossen in der Heimat? Sie zaudern, anstatt entschlossen das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Für Lenin, den glühenden Berufsrevolutionär, steht fest, er muss sofort nach St. Petersburg. Nur er kann die sozialistische Revolution zum Erfolg führen. In einem alles andere als revolutionären Umfeld kommt Lenin als Wladimir Ilyich Ulyanov am 22. April 1870 in der Stadt Zimbursk an der Volga zur Welt. Die Familie Ulyanov ist wohlhabend und kultiviert. Vater Ilja Nikolajewitsch hat als Schulinspektor Karriere gemacht und Aufnahme in den Beamtenadel des Zarenreiches gefunden. Seine Frau Maria Alexandrovna, geborene Blank, stammt aus einer Volga-deutschen Familie. Die Atmosphäre im Haus Ulyanov ist liebevoll und warmherzig. Vater wie Mutter legen Wert auf Bildung, führen ihre sechs Kinder an Literatur und Musik heran. Wladimir entwickelt sich zu einem intellektuell wachen, körperlich starken jungen Mann, der sich schon als Schüler durch eine unbändige Wissbegier auszeichnet. Nach dem Abitur, das er als Jahrgangsbester ablegt, nimmt er an der Universität von Kazan das Studium der Rechtswissenschaften auf. Alles deutet darauf hin, dass aus diesem begabten Kopf ein hervorragender Jurist werden wird. Nichts jedoch darauf, dass hier ein Berufsrevolutionär heranwächst, der unter dem Namen Lenin die Welt verändern will. 1887 wird sein ältester Bruder Alexander verhaftet. Der Vorwurf, Teilnahme an einer Verschwörung zur Ermordung des Zaren. Alexander, inzwischen ein überzeugter Sozialrevolutionär, leugnet seine Beteiligung nicht und wird wenige Wochen später hingerichtet. Zu Hause in Simbirsk ist die Familie fassungslos. Keiner hatte von Alexanders revolutionärem Engagement gewusst. Die Familie muss nun mit dem Stigma leben, einen Staatsfeind hervorgebracht zu haben. Erst jetzt beginnen die übrigen Ulyanov-Kinder, sich für die Sache der sozialrevolutionären Bewegung zu interessieren, für die ihr Bruder sein Leben gelassen hat. Mit 17 wird der Jurastudent Wladimir Ilyich erstmals verhaftet, als er an einer verbotenen politischen Versammlung teilnimmt. Daraufhin muss er die Universität verlassen, setzt aber seine Studien im Privaten fort. Er wendet sich erstmals revolutionärer politischer Literatur zu. Das Kapital von Karl Marx verschlingt er regelrecht und bezeichnet sich fortan als Marxist. Nach mehreren vergeblichen Eingaben erhält er 1891 schließlich die Erlaubnis, sein Jura-Examen an der Universität in St. Petersburg abzulegen. Die Prüfung besteht er mit Auszeichnung. In der Folgezeit ist er einige Jahre als Anwalt tätig. Sein Hauptinteresse gilt aber längst der revolutionären Sache. In der russischen Metropole St. Petersburg schließt sich Wladimir Ilyich Ulyanov den führenden marxistischen Zirkeln an. Auf einer Westeuropareise lernt er 1895 die im Exil lebenden Köpfe des russischen Marxismus kennen. Allen voran Georgi Plechanov. Zurück in Russland gelingt es ihm, die verschiedenen marxistischen Gruppierungen der Hauptstadt im Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse zu vereinen. Der Kampfbund nimmt zugleich seine Propagandaarbeit auf, um den Arbeitern die Grundlagen des Marxismus nahezubringen. Die zaristische Polizei sieht dem Treiben nicht lange zu und nimmt die Anführer in Haft. 15 Monate sitzt Wladimir im Gefängnis. Im Anschluss an die Haft muss er für weitere drei Jahre nach Sibirien in die Verbannung. In dieser Zeit ist er aber keineswegs unglücklich und untätig. Er verbringt viel Zeit in der freien Natur und ist, abgesehen von der polizeilichen Meldepflicht, frei. Vor allem aber ist er nicht allein. Seine Freundin und Mitstreiterin Nadezhda Krupskaya teilt mit ihm die Verbannung. Im Jahr 1898 heiraten die beiden. Nadezhda wird ihm sein Leben lang nicht nur treue Gefährten, sondern auch engste Mitarbeiterin sein. Heimlich kann Wladimir Iljic-Uljanov Korrespondenz mit anderen marxistischen Führern pflegen und verfasst analytisch scharfe Werke, etwa über die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. An der Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die sich während seiner Zeit in Sibirien formiert, ist er jedoch nicht beteiligt. Die Verbannung nach Sibirien endet am 10. Februar 1900. Da es ihm weiter untersagt ist, sich in einer Großstadt niederzulassen, entschließt er sich, ins Exil zu gehen. Die nächsten fünf Jahre hält sich der junge Mann vor allem in Deutschland und der Schweiz auf. Dort nimmt er auch seinen politischen Decknamen Lenin an. In München wohnt er von 1900 bis 1903 als Dr. Jordan Jordanov. Hier gründet er zusammen mit anderen russischen Exilanten die Zeitung Iskra, zu deutsch Der Funke. Das illegal verbreitete Blatt soll zum zentralen Sprachrohr der über ganz Russland sowie im westeuropäischen Exil verstreuten marxistischen Gruppen werden. In der Iskra veröffentlicht Lenin im Jahr 1902 auch den Aufsatz »Was tun«, in dem er erstmals die Grundzüge dessen entwirft, was man später als Leninismus bezeichnen wird. Eine Partei aus Berufsrevolutionären soll als Vorhut der Arbeiterklasse fungieren und das revolutionäre Bewusstsein von außen in die Arbeiterschaft hineintragen. Mit dieser Idee nimmt Lenin eine Gegenposition zur herrschenden Meinung ein, die besagt, dass der entfesselte Kapitalismus das Proletariat wie von selbst zu Revolution und Sozialismus treibt und die Rolle einer sozialrevolutionären Partei nur darin bestehen könne, diesen Kampf insbesondere auf einer internationalen Ebene zu koordinieren. Auf dem zweiten Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands wirbt Lenin im Jahr 1903 für seine Ideen. »Gebt uns eine schlagkräftige Organisation von Berufsrevolutionären«, ruft er den Delegierten zu, »und wir werden in Russland den Umsturz schaffen!« Als sich für diesen ihm so wichtigen Punkt keine Mehrheit abzeichnet, betreibt Lenin die Spaltung der Partei. Die radikalen Bolschewiki stehen hinter ihm und der Auffassung, dass Arbeiter und Bauern unter der Führung einer zentralistischen Kaderpartei die Revolution selbst in die Hand nehmen müssen, dem entgegen stehen die gemäßigten Mensheviki, die auf eine bürgerlich-demokratische Revolution in Russland setzen. Lenin präsentiert sich auf der politischen Bühne absolut kompromisslos. So wundert es nicht, dass es ihm auch in der Folge nicht gelingt, die russische Arbeiterpartei ganz hinter sich und seine Ziele zu bringen. Nach Jahren heftigster Auseinandersetzung wird es im Jahr 1912 zum endgültigen Bruch der russischen Arbeiterbewegung kommen. Im Jahr 1905, als das Zarenreich eine schmerzliche Niederlage im Krieg gegen Japan einstecken muss, ist der erhoffte Umsturz zum Greifen nahe. Lenin kehrt in die Heimat zurück, um die revolutionäre Stimmung weiter anzufachen. Ohne Erfolg. Mit erheblichen politischen Zugeständnissen gelingt es Zahnikolaus II., die Lage zu entschärfen. Lenin bleibt nichts anderes übrig, als sich erneut ins Ausland abzusetzen. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Die Staaten Europas machen mobil. Allenthalben unterstützen auch die sozialdemokratischen Parteien den Krieg als notwendige Verteidigung des Vaterlandes. Lenin ist entsetzt. In seinen Augen lassen sich die Arbeiter und ihre Parteifunktionäre vor den schmutzigen Karren eines kapitalistisch motivierten Krieges spannen. Der wahre Feind des Arbeiters ist doch nicht der Arbeiter im gegenüberliegenden Schützengraben, sondern der Kapitalist zu Hause. Und so fordert er, den Weltkrieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln, mit dem Ziel einer sozialistischen Revolution. Doch mit diesem Aufruf steht Lenin in der sozialistischen Bewegung allein da. Wer diesen Krieg nicht will, der will Frieden, aber keinen anderen Krieg. Enttäuscht setzt sich Lenin wieder an seinen Schreibtisch und verfasst das Buch »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus«. Er führt aus, dass der revolutionäre Funke überall zünden könne, auch im rückständigen Zarenreich, und von dort auf die anderen Länder überspringen werde. Die russische Revolution als Prolog zur sozialistischen Weltrevolution – in seinem Kopf ist alles reif für die historische Wende. Dass es schon in wenigen Monaten so weit sein wird, daran glaubt aber nicht einmal der zunehmend frustrierte Lenin selbst. Doch als das zaristische Regime Anfang 1917 von den aufständischen Arbeitern und Soldaten hinweg gefegt wird, ist Lenins Stunde gekommen. Innerhalb kürzester Zeit schwingt er sich zur zentralen Figur der Revolution auf. Pikanterweise ist ihm das kaiserliche Deutschland, das ansonsten ja nicht gerade als Förderer der revolutionären Sache in Erscheinung tritt, behilflich. Die Regierung gestattet Lenin und anderen prominenten Kommunisten, in einem versiegelten D-Zug von der Schweiz über deutsches Territorium nach Skandinavien zu reisen. Von dort geht es weiter nach Russland. Das Kalkül der Deutschen ist einfach. Sie wollen den Kriegsgegner Russland weiter destabilisieren. Am 16. April, einen Monat nach der Abdankung des Zaren, trifft Lenin in St. Petersburg ein, das seit Ausbruch des Krieges den russischen Namen Petrograd trägt. Der Theoretiker erweist sich nun als ein Meister der revolutionären Tat, als Mann, der einen unbeugsamen Machtwillen mit einem außergewöhnlichen Sinn für die richtige Taktik vereint. Schon am Tag nach seiner Ankunft trifft er genau die Stimmung im Volk, als er Frieden, Land und Brot fordert und die sofortige bedingungslose Beendigung des Krieges sowie eine umfassende Bodenreform in Aussicht stellt. Den Weg zur Machtübernahme hat Lenin bereits klar vor Augen. Unmittelbar nach der Februarrevolution hatten sich im ganzen Land Arbeiter- und Soldatenräte, die Sowjets, gebildet, in denen aber die gemäßigten Sozialisten die Mehrheit besitzen. Diese Sowjets haben ihre Macht an die provisorische Regierung abgegeben. Was wäre, wenn es gelänge, die Sowjets zu radikalisieren? Was wäre, wenn die Sowjets sich die Macht von Alexander Fyodorowitsch-Kiarensky und seiner provisorischen Regierung einfach wieder zurückholten? Ja, dann wäre der Weg frei für die Diktatur des Proletariats. Und so lautet Lenins Wahlspruch in jenen Tagen, »Alle Macht, den Sowjets!« Im Juli wird Lenin ein letztes Mal in den Untergrund gezwungen, von wo aus er unter hohem Risiko unermüdlich die Revolution vorbereitet. Im Oktober sieht er den richtigen Zeitpunkt gekommen. Denn da tritt der Zweite Allrussische Sowjetkongress zusammen und den gilt es, vor vollendete Tatsachen zu stellen. Die Geschichte wird uns nicht verzeihen, wenn wir jetzt nicht die Macht ergreifen, versucht er seinen zaudernden Parteigenossen begreiflich zu machen. Nach zehnstündiger, hitziger Debatte hat sich Lenin schließlich durchgesetzt. Als Tag des Umsturzes wird der 7. November 1917 festgelegt, beziehungsweise der 25. Oktober nach dem damals noch gültigen julianischen Kalender, daher auch der Name »Oktoberrevolution«. Die Machtübernahme durch Lenin und seine Bolschewiki ist eine weitgehend unblutige Angelegenheit. Bewaffnete Milizen besetzen die wichtigsten Punkte der Metropole Petrograd. Die Regierung Kierenski ergibt sich am Abend ohne viel Widerstand. Als der Sowjetkongress am nächsten Tag zusammentritt, ist die Stimmung zugunsten der siegreichen Bolschewiki umgeschlagen. Lenin wird mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der neuen Regierung gewählt. In der Stunde des Triumphes bekämmt der 47-Jährige »Der Übergang von der Illegalität zur Macht ist so schroff, es schwindelt einem.« Anfang 1918 schließt Lenin mit den Mittelmächten Deutschland und Österreich-Ungarn einen Separatfrieden, der Russland große Zugeständnisse abverlangt. Im Innern tobt da schon ein Bürgerkrieg, in dem die von Trotzki geführte Rote Armee die zaristischen, die weißen Truppen, erst 1920 endgültig schlagen kann. Dank seiner Autorität hält Lenin derweil die widerstrebenden Kräfte in der Partei zusammen, betreibt den Aufbau eines sozialistischen Parteiapparats und die Einführung einer sozialistischen Wirtschaftsordnung. Dabei geht er alles andere als dogmatisch vor, sondern legt eine große Flexibilität an den Tag. Als nach der sozialistischen Bodenreform die Versorgungslage zusammenzubrechen droht, verkündet Lenin im Februar 1921 die neue ökonomische Politik, eine teilweise Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Strukturen. Jegliche Opposition allerdings lässt Lenin mit aller Härte bekämpfen. Zuerst außerhalb, dann auch innerhalb der eigenen Partei. Es kommt zu groß angelegten Säuberungen und Schauprozessen, die meist in der Todesstrafe münden. Mit diesem unbarmherzigen Vorgehen gegen alle Andersdenkenden, auch innerhalb der kommunistischen Partei, macht Lenin ungewollt den Weg frei für den Aufstieg und die spätere Machtübernahme Josef Stalins, der seit seiner Bestellung zum Generalsekretär seine Machtposition geschickt ausbaut. Nach der siegreichen Oktoberrevolution hatte Lenin gehofft, dass es auch in den anderen Ländern Europas zu proletarischen Revolutionen kommen und seine Vision einer sozialistischen Weltrepublik Gestalt annehmen würde. Doch er muss einsehen, dass die Realität eine andere ist. Das nachrevolutionäre Russland ist isoliert. Lenin treibt daraufhin Anfang der 20er Jahre die Staatsgründung des neuen Russlands voran. Mit Rücksicht auf die zahlreichen Nationalitäten im Russischen Reich strebt er eine föderative Union von autonomen Sowjetrepubliken an, während Stalin, einer seiner großen Widersacher, für die größtmögliche Zentralisierung eintritt. Mitten in diesem Streit erleidet Lenin im Mai 1922 einen Schlaganfall. Er kann sich zwar für kurze Zeit erholen und sicherstellen, dass die Gründung der Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, der UDSSR, in seinem Sinne erfolgt, doch nach einem weiteren Schlaganfall im Dezember ist er halbseitig gelähmt. Was ihm bleibt, ist die Kraft seiner Worte, mit der er sein Leben lang Wichtiges zu bewegen vermochte. Zwischen dem 23. Dezember und dem 4. Januar diktiert er seiner Sekretärin in den Block, was heute als sein politisches Testament bezeichnet wird. Darin warnt er vor dem wachsenden Einfluss Stalins auf die Partei, kritisiert den ausufernden Bürokratismus und die Macht der Apparate. Als ihm ein weiterer Schlaganfall im März 1923 auch noch die Sprache raubt, ist der einstige Revolutionär ein hilfloser Gefangener seines Körpers. Nach dem nächsten Schlaganfall stirbt Lenin, am 21. Januar 1924. Er wird sogleich in den Krimmel gebracht, sein Leichnam einbalsamiert. Die Verehrung des Volkes für Lenin macht sich sein Nachfolger Stalin gezielt zunutze. Um sich als wahrer seines Vermächtnisses zu inszenieren, entfacht er einen gewaltigen Personenkult um Lenin, dem zu Lebzeiten nichts mehr zuwider war als die Verherrlichung der eigenen Person. Lenins politische Wirkung ist gewaltig. Er beschert nicht nur Russland die tiefgreifendsten Veränderungen seit Peter dem Großen, sondern zählt auch zu den raren politischen Visionären und Führern, die der Weltgeschichte wirklich eine neue Richtung geben konnten. Ihm ist es gelungen, die Theorie des Marxismus, um die praktische Anleitung zur Revolution, den Leninismus, zu ergänzen. Die Oktoberrevolution war, wie von ihm erhofft, der Prolog für den Siegeszug des Sozialismus in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Inzwischen wissen wir, dass dieser Sieg nicht von Dauer war. An Lenins einbalsamiertem Leichnam ziehen jedoch auch heute noch, mehr als 80 Jahre nach seinem Tod, viele Menschen vorüber, die in langen Schlangen gewartet haben, um einen Blick auf den Gründer der Sowjetunion zu werfen. Sie sehen in dem gläsernen Sarg, der in einem eigens aufgerichteten Mausoleum an der Kremlmauer aufgestellt ist, in die Gesichtszüge eines 53 Jahre alten Mannes, dessen Leben ein allzu frühes Ende gefunden hat. Rosa Luxemburg, 1871 bis 1919. Eisiger Nebel liegt an jenem 15. Januar 1919 über Berlin. Soldaten der Garde-Kavallerie schützen die Vision, umringen johlend eine Frau mit grauen Haaren und eingefallenen Wangen. Die Frau versucht, ihren ausgezehrten Körper in einem langen Mantel zu verbergen. Schmährufe werden laut, als sie, die man mit einem Stoß zum Weitergehen zwingt, die Halle des feudalen Edenhotels im Berliner Westen betritt. Die rote Rosa, die jüdische Hure, wie ihre Feinde sie abfällig nennen, hinkt stark. Doch würdevoll umklammert sie ihren kleinen Koffer und versucht, ihrer Behinderung Herr zu werden. Sie geht ihrem Schicksal mit der Überzeugung entgegen, das Richtige getan zu haben. Ich war, ich bin, ich werde sein. Denn sie weiß, dass sie etwas besitzt, was auch diese brutale Meute ihr nicht nehmen kann. Ihre wegweisende politische Überzeugung, ihren Glauben an die Ideen des Sozialismus und ihre Verdienste im Kampf gegen Unterdrückung und Militarismus. Die Frau, auf die sich der ganze Hass der Freikorpssoldaten richtet, ist die polnische Jüdin Rosa Luxemburg. Sie wird diesen Abend nicht überleben. Am Nachmittag des folgenden Tages ist in der Presse die offizielle Version der Geschehnisse zu lesen. Liebknecht, auf der Flucht erschossen, Rosa Luxemburg, von der Menge erschlagen. Nur selten hat Rosa Luxemburg über ihren Geburtsort Samosch in Russisch-Polen gesprochen, wo sie am 5. März 1871 das Licht der Welt erblickt. Schon 1873 zieht die jüdische Familie nach Warschau. Rosas Vater, Elias Luxemburg, ist Holzhändler. Seine Einkünfte bescheren der Familie einen bescheidenen Wohlstand. Die Erziehung der fünf Kinder liegt in den Händen von Mutter Lina, eine sanftmütige Frau. Sie ist die eigentliche moralische und geistige Autorität der Familie. Der Umgang im Hause Luxemburg ist von fortschrittlicher, aufgeklärter und toleranter Gesinnung geprägt. Am Leben der jüdischen Gemeinde nimmt die Familie nicht teil. Rosa, die Jüngste, ist der Liebling der Mutter, die ihre ganze Sensibilität und Bildung an ihre Tochter weitergibt. Das Mädchen mit den dunklen, verträumten Augen ist aufgeweckt, wissbegierig und sehr reich für ihr Alter. Sie spricht bald vier Sprachen. Neben Russisch, Polnisch und Deutsch lernt Rosa auch noch Französisch. Mit fünf Jahren erkrankt sie plötzlich an einem Hüftleiden. Fast ein Jahr lang kann sie die elterliche Wohnung nicht verlassen. Rosa lebt abgekapselt von der Welt und lernt, Träumen und Ideen nachzuhängen. Die Mutter bringt ihr in dieser Zeit Lesen und Schreiben bei. Als sie das Bett endlich wieder verlassen kann, stellt man fest, dass sie hinkt. Ein Bein ist unwiderruflich kürzer als das andere. Der daraus resultierende schleppende Gang wird sie zeitlebens begleiten und sie dem billigen Spott ihrer Gegner aussetzen. 1880 tritt Rosa in das Warschauer Mädchengymnasium ein. Eine Zeit der Kränkung beginnt, denn der Besuch des Gymnasiums ist in erster Linie russischen Mädchen und Töchtern des polnischen Adels vorbehalten. Rosa wird nur aufgrund ihrer außergewöhnlichen Begabung zugelassen. Aber als jüdisches Kind aus einfachen bürgerlichen Verhältnissen rangiert sie ganz unten in der Hierarchie. Welche anderen Möglichkeiten bleiben dem gedemütigten und dennoch stolzen Mädchen mit der zu großen Nase und dem schleppenden Gang, als durch hervorragende Leistungen zu glänzen? Sie wird in ihrer Klasse stets die Beste sein. Rosas politischer Werdegang beginnt früh. Die Schülerin liest Marx und Engels und ist bereits ab 1887 in verbotenen politischen Zirkeln aktiv, die gegen die russische Besetzung Polens kämpfen. Allerdings wird die Polizei bald auf die junge Revolutionärin aufmerksam. Auch die Schulleitung verdächtigt Rosa illegaler, subversiver Aktivitäten und verweigert ihr bei der Schulentlassung die goldene Medaille, die ihr eigentlich aufgrund ihrer Leistungen zusteht. Ihr politisches Engagement bringt Rosa zunehmend in Gefahr. 1889 flieht sie, versteckt unter dem Stroh eines Bauernwagens, in die Schweiz. Sie will an der Zürcher Universität, die als einzige europäische Hochschule ihre Tore für weibliche Studierwillige geöffnet hat, Geschichte und Wirtschaft studieren. 1897 wird sie ihr Studium mit einer Doktorarbeit über die industrielle Entwicklung Polens abschließen. In der Schweiz findet Rosa das ihr gemäße Asyl. Denn im Zürich der Jahrhundertwende versammeln sich die führenden russischen und polnischen Immigranten. Rosa ist wie berauscht von den politischen Diskussionen über die Grundsatztheorien der Sozialdemokratie und der Revolution. Im Schweizer Exil trifft Rosa auf die Liebe ihres Lebens. Es ist Leo Jogiches, der sie mit seinem durchdringenden Blick, seinen blauen Augen, dem schmalen, markanten Gesicht und den rotblonden Locken und seinem unwiderstehlichen Charme schnell in seinen Bann zieht. Die junge Frau ist fasziniert von diesem mutigen, talentierten Revolutionär aus Wilna, der es versteht, die Arbeiter zu überzeugen und ihnen die Grundlagen des Marxismus zu vermitteln. Zwischen Rosa und Leo Jogiches entwickelt sich eine merkwürdige Beziehung, die die beiden bis zu ihrem Tod im Jahre 1919 aneinander binden soll. Rosa wird Leos Geliebte. Für sie wird diese Liebe zum Mittelpunkt ihres Lebens. Doch Leo hält die Liaison geheim und zwingt Rosa zu einem Leben im Verborgenen. Für ihre Genossen bleiben beide stets die Kampfgefährten, die nichts weiter verbindet als die gemeinsame Sache. Leo Jogiches hält zwar an der Beziehung zu Rosa fest, weigert sich aber darüber zu sprechen. Sie ist es, die ihn mit zärtlichen Worten meist in Briefen überhäuft und das, obwohl sie nur wenige Meter voneinander entfernt wohnen. Doch ihre Bekenntnisse bleiben ohne Echo. Leo ist ihr Mentor. Vor ihm muss sie Rechenschaft ablegen. Er beginnt sie zu schikanieren, zu kontrollieren und treibt sie zu immer größeren Anstrengungen im gemeinsamen politischen Kampf. 1894 gründen beide die Sozialdemokratische Partei des Königreichs Polen. Erst mit ihrer Übersiedlung nach Berlin im Jahre 1898 beginnt sich Rosa aus der Abhängigkeit von Jogiches zu lösen. Ende des 19. Jahrhunderts besitzt die deutsche Sozialdemokratie mit Wortführern wie Karl Liebknecht, August Bebel und Karl Kautsky innerhalb der sozialistischen Internationalen ein hohes Ansehen. Als revolutionäre Arbeiter- und Oppositionspartei hat sich die Bewegung der Überwindung des Kapitalismus und der Schaffung einer sozialistischen Gesellschaft verschrieben. Auch Rosa Luxemburg ist überzeugt von der Bedeutung der deutschen Sozialdemokratie und will sie als Plattform für ihre politischen Ideen nutzen. Wer aber im wilhelminischen Deutschland leben und politisch arbeiten will, ohne ständig mit der Ausweisung zu rechnen, muss die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Die deutsche Olympia Lübeck, bei der Rosa anfangs in Zürich gelebt hatte, überredet ihren Sohn, mit Rosa eine Scheinehe einzugehen. Am 13. April 1898 wird das Paar getraut. Rosa erhält die deutsche Staatsbürgerschaft. Unmittelbar nach der Eheschließung verlässt Gustav Lübeck seine Frau. Die beiden sollen sich erst fünf Jahre später, am Tag ihrer Scheidung, wiedersehen. Für Rosa ist der Weg in die deutsche Sozialdemokratie durch die Eheschließung frei. Mit der Ankunft in Berlin am 12. Mai 1898 beginnt für sie ein neuer Lebensabschnitt. Sie tritt der SPD bei. Innerhalb der Partei denkt die junge polnische Jüdin gar nicht daran, sich zurückzuhalten, denn sie weiß ganz genau, was sie will. Einen bedeutenden Platz in der SPD. Rosa ist fest entschlossen, für die Parteizeitung zu schreiben und Reden zu halten. Fortan ist sie im Auftrag der SPD rastlos tätig und ständig unterwegs. Sie übernimmt die Agitation unter den Bergleuten und Arbeitern Oberschlesiens, zieht durch Berliner Arbeiterlokale und tritt bei zahllosen Versammlungen im ganzen Deutschen Reich auf. Auch auf den großen internationalen Sozialistenkongressen findet sie als Expertin für polnische und russische Angelegenheiten Gehör. Sozialreform oder Revolution? Diese Frage spaltet die deutsche Sozialdemokratie, als Rosa ihre Arbeit aufnimmt. Eduard Bernstein spricht sich gegen Klassenkampf und revolutionäre Bestrebungen aus. Er befürwortet eine Wandlung der SPD zur demokratischen Reformpartei. Rosa schaltet sich gleich auf dem ersten Parteitag, an dem sie teilnimmt, in die Debatte ein und widerspricht Bernstein scharf. Es gelingt ihr schließlich, die Thesen Bernsteins zu widerlegen und als Siegerin aus dem sogenannten Revisionismusstreit hervorzugehen. Wenige Monate nach ihrem Parteieintritt ist es ihr gelungen, in der deutschen und der internationalen Arbeiterbewegung zu einer bedeutenden Persönlichkeit zu avancieren. Durch ihre scharfzündigen und spöttischen Reden macht sich Rosa aber nicht nur Freunde. Bald wird sie, die es wagt als Frau, als Polen und Jüdin, ihre geistige Überlegenheit zu beweisen, so manchem Genossen unbequem. Rosas politischer Erfolg fordert auch viele persönliche Opfer. Als im September 1900 ihr Vater stirbt, ist sie, wie schon beim Tod der Mutter 1897, nicht am Sterbebett. Diesmal hält sie in Paris auf dem Kongress der Internationalen eine Rede gegen den Militarismus. Hin- und hergerissen zwischen politischen und familiären Verpflichtungen, hatte Rosa sich gegen die Bitte der Familie entschieden, sie möge den Sterbenden ein letztes Mal besuchen. Als ihr Vater in ihrer Abwesenheit stirbt, droht Rosa an ihren Schuldgefühlen zu zerbrechen. 1905 bricht die russische Revolution aus. Rosa hält nun nichts mehr in Deutschland. Auf abenteuerlichen Wegen erreicht sie im Dezember 1905 Warschau und trifft dort Leo Jogiches wieder. Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen ist es beiden aber nur zwei Monate lang möglich, im Untergrund für die Revolution zu arbeiten. Am 4. März 1906 werden sie verhaftet und in der berüchtigten Warschauer Zitadelle inhaftiert. Die Haftbedingungen sind unmenschlich. Als ihre Brüder Rosa besuchen, wird ihnen die Schwester in einem Käfig vorgeführt, der frei in einem zweiten, größeren steht. Sie kann kaum sprechen, denn sie hat gerade einen sechstägigen Hungerstreik hinter sich. Im Juli haben die Bemühungen der Familie und der deutschen Sozialdemokraten endlich Erfolg. Rosa wird gegen eine Kaution von 3000 Rubel freigelassen und geht für einige Monate nach Finnland ins Exil. Wieder in Berlin will sie ganz neu beginnen. Nach dem Zusammentreffen im revolutionären Warschau hat sie Leo Jogiches endgültig hinter sich gelassen. Sie will nun endlich leben und lieben. Unter ihren Liebhabern sind Kostja Zetkin, der Sohn ihrer langjährigen Freundin Clara Zetkin und Sozialdemokraten wie Paul Levy und Hans Diefenbach. Zu ihrem neuen Leben gehört auch eine Dozentur an der SPD-Parteischule, die sie 1907 mit großer Begeisterung übernimmt. In dieser Zeit entsteht auch die Einführung in die Nationalökonomie, eines ihrer wichtigsten Werke. Der sich abzeichnende Beginn des Ersten Weltkriegs veranlasst Rosa, sich offen gegen den deutschen Militarismus auszusprechen. Wenn uns zugemutet wird, die Mordwaffe gegen unsere französischen oder andere ausländische Brüder zu erheben, dann rufen wir, das tun wir nicht. Diese pazifistische Rede im September 1913 bringt ihr aber erneut eine einjährige Gefängnisstrafe ein. 1914 folgt ein weiterer Prozess wegen Beleidigung des Militärs. Im Februar 1915 wird Rosa verhaftet und im Berliner Frauengefängnis Barnimstraße inhaftiert. Rosa verbringt den Ersten Weltkrieg, dessen Ausbruch sie in eine tiefe Depression stürzt und an Selbstmord denken lässt, bis zum 8. November 1918 fast durchgängig in Haft. In dieser Zeit entstehen viele Schriften, die sie illegal verbreiten lässt. Darunter auch die sogenannte Junius-Broschüre, in der sie den Schrecken des Krieges anprangert. Aus dem Gefängnis heraus verfolgt und unterstützt sie den Aufbau der radikalen Spartakus-Gruppe und publiziert in den von Jogisches verbreiteten Spartakus-Briefen. Im Herbst 1918 ist die Revolution auch in Deutschland nicht mehr aufzuhalten. Beginnend mit dem Aufstand der Kieler Matrosen erreicht sie am 9. November mit der Ausrufung der Republik ihren Höhepunkt. Rosa Luxemburg war am Vortag aus dem Gefängnis in Breslau entlassen worden und kommt am 10. November krank und geschwächt in Berlin an. Dennoch setzt sie sich sofort mit großem Eifer und Kampfeswillen für die Revolution ein. Wie viele Spartakisten ist auch sie verbittert und zornig über die Linie der Sozialdemokraten. Dem aus Vertretern der MSPD und USPD bestehenden Rat der Volksbeauftragten, insbesondere Ebert und Scheidemann, macht sie die Zusammenarbeit mit den alten Gewalten der wilhelminischen Ära zum Vorwurf. Ihrer Ansicht nach haben die beiden die Sache der Arbeiter verraten. Die Auseinandersetzungen innerhalb der Sozialdemokratie gipfeln im Austritt der Spartakisten aus der USPD und der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands oder, wie Rosa sie lieber nennt, dem Spartakusbund am 1. Januar 1919. Doch die gewaltsame Austragung des Konflikts steht der Linken noch bevor. Wenige Tage später wird in Berlin ein Flugblatt verbreitet, das zum Protest gegen die Regierung Ebert aufruft. Viele Spartakisten wollen aber mehr. Sie betreiben die Bewaffnung der Arbeiter und den Sturz der Regierung. Rosa spricht sich gegen ein solches Vorgehen aus, kann sich aber im eigenen Lager kein Gehör verschaffen. Am 5. Januar drängen Hunderttausende in die Berliner Innenstadt. Aus dieser Demonstration entsteht der sogenannte Spartakusaufstand, den der Rat der Volksbeauftragten vom Militär unter dem sozialdemokratischen Minister Gustav Noske brutal niederschlagen lässt. »Wo ist unsere Rosa?«, brüllen die Haudegen der Freikorps, als sie die Aufständischen aus den besetzten Gebäuden prügeln, um anschließend kurzen Prozess mit ihnen zu machen. Am 12. Januar ist dann alles vorbei. Tausende haben in diesen Januartagen ihr Leben gelassen. Bald tauchen Flugblätter auf, die zur Ermordung der führenden Spartakisten Luxemburg und Liebknecht aufrufen. Doch Rosa denkt nicht daran, deshalb Berlin zu verlassen. Unermüdlich arbeitet sie weiter. Am 14. Januar erscheint ihr letzter Artikel in der roten Fahne, den sie mit der Vision schließt, »Eure Ordnung ist auf Sand gebaut.« »Die Revolution wird sich morgen schon rasselnd wieder in die Höhe richten und zu Eurem Schrecken mit Posaunenklang verkünden, »Ich war, ich bin, ich werde sein.« Am 15. Januar, kurz nach 21 Uhr, wird Rosa Luxemburg verhaftet. Als die Soldaten ihr Zimmer betreten, erwartet sie diese bereits angekleidet und mit einem gepackten Kafferchen. Im Edenhotel, wohin sie verbracht wird, wird sie schwer misshandelt. Kurz zuvor hat man hier auch Karl Liebknecht durchgeschleift und heimtückisch ermordet. Schließlich gibt man vor, sie solle ins Berliner Gefängnis Moabit gebracht werden. Doch kaum ist das Auto losgefahren, hört man einen Schuss. Rosa Luxemburg wird aus nächster Nähe erschossen. Die Leiche werfen ihre Mörder in den Landwehrkanal. Erst Ende Mai wird man sie an einer Schleuse finden. Den Recherchen Leo Jogisches ist es zu verdanken, dass die Umstände ihres Todes im Februar in der roten Fahne öffentlich gemacht werden. Dies ist sein Todesurteil. Am 10. März wird auch er verhaftet und durch einen Kopfschuss von hinten getötet. Rosa Luxemburg war eine der einflussreichsten politischen Persönlichkeiten des 20. Jahrhunderts. Sie verstieß gegen die Konventionen, Moralvorstellungen und Ordnungen ihrer Epoche und bezahlte dafür mit dem Leben. Zum Schweigen bringen konnten ihre Mörder sie aber nicht. Im Gegenteil. Sie wurde für die Linke zur Märtyrerin und zum Mythos. Ihre politischen Ideen und Botschaften haben ihren Tod überdauert und sind auch heute noch verblüffend aktuell. Ihr Ausspruch, Freiheit ist immer nur die Freiheit des Andersdenkenden, wurde 1989 zum Leitsatz der Proteste und des Umsturzes in der damaligen DDR und wird auch in unseren Tagen gerne zitiert, wenn es um demokratische Werte, Meinungsfreiheit, Toleranz, Humanität und Antimilitarismus geht. Dank seiner Autorität hält Lenin derweil die widerstrebenden Kräfte in der Partei zusammen, betreibt den Aufbau eines sozialistischen Parteiapparats und die Einführung einer sozialistischen Wirtschaftsordnung. Dabei geht er alles andere als dogmatisch vor, sondern legt eine große Flexibilität an den Tag. Als nach der sozialistischen Bodenreform die Versorgungslage zusammenzubrechen droht, verkündet Lenin im Februar 1921 die neue ökonomische Politik, eine teilweise Rückkehr zu marktwirtschaftlichen Strukturen. Jegliche Opposition allerdings lässt Lenin mit aller Härte bekämpfen. Zuerst außerhalb, dann auch innerhalb der eigenen Partei. Es kommt zu groß angelegten Säuberungen und Schauprozessen, die meist in der Todesstrafe münden. Mit diesem unbarmherzigen Vorgehen gegen alle Andersdenkenden, auch innerhalb der kommunistischen Partei, macht Lenin ungewollt den Weg frei für den Aufstieg und die spätere Machtübernahme Josef Stalins, der seit seiner Bestellung zum Generalsekretär seine Machtposition geschickt ausbaut. Nach der siegreichen Oktoberrevolution hatte Lenin gehofft, dass es auch in den anderen Ländern Europas zu proletarischen Revolutionen kommen und seine Vision einer sozialistischen Weltrepublik Gestalt annehmen würde. Doch er muss einsehen, dass die Realität eine andere ist. Das nachrevolutionäre Russland ist isoliert. Lenin treibt daraufhin Anfang der 20er Jahre die Staatsgründung des neuen Russlands voran. Mit Rücksicht auf die zahlreichen Nationalitäten im Russischen Reich strebt er eine föderative Union von autonomen Sowjetrepubliken an, während Stalin, einer seiner großen Widersacher, für die größtmögliche Zentralisierung eintritt. Mitten in diesem Streit erleidet Lenin im Mai 1922 einen Schlaganfall. Er kann sich zwar für kurze Zeit erholen und sicherstellen, dass die Gründung der Union der sozialistischen Sowjetrepubliken, der UDSSR, in seinem Sinne erfolgt, Doch nach einem weiteren Schlaganfall im Dezember ist er halbseitig gelähmt. Gefesselt an Bett und Rollstuhl kann Lenin seine Führungsrolle in Regierung und Partei nicht mehr ausfüllen. Was ihm bleibt, ist die Kraft seiner Worte, mit der er sein Leben lang Wichtiges zu bewegen vermochte. Zwischen dem 23. Dezember und dem 4. Januar diktiert er seiner Sekretärin in den Block, was heute als sein politisches Testament bezeichnet wird. Darin warnt er vor dem wachsenden Einfluss Stalins auf die Partei, kritisiert den ausufernden Bürokratismus und die Macht der Apparate. Als ihm ein weiterer Schlaganfall im März 1923 auch noch die Sprache raubt, ist der einstige Revolutionär ein hilfloser Gefangener seines Körpers. Nach dem nächsten Schlaganfall stirbt Lenin. Am 21. Januar 1924. Er wird sogleich in den Krimmel gebracht, sein Leichnam einbalsamiert. Die Verehrung des Volkes für Lenin macht sich sein Nachfolger Stalin gezielt zunutze. Um sich als wahrer seines Vermächtnisses zu inszenieren, entfacht er einen gewaltigen Personenkult um Lenin, dem zu Lebzeiten nichts mehr zuwider war als die Verherrlichung der eigenen Person. Lenins politische Wirkung ist gewaltig. Er beschert nicht nur Russland die tiefgreifendsten Veränderungen seit Peter dem Großen, sondern zählt auch zu den raren politischen Visionären und Führern, die der Weltgeschichte wirklich eine neue Richtung geben konnten. Ihm ist es gelungen, die Theorie des Marxismus, um die praktische Anleitung zur Revolution, den Leninismus, zu ergänzen. Die Oktoberrevolution war, wie von ihm erhofft, der Prolog für den Siegeszug des Sozialismus in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Inzwischen wissen wir, dass dieser Sieg nicht von Dauer war. An Lenins einbalsamiertem Leichnam ziehen jedoch auch heute noch, mehr als 80 Jahre nach seinem Tod, viele Menschen vorüber, die in langen Schlangen gewartet haben, um einen Blick auf den Gründer der Sowjetunion zu werfen. Sie sehen in dem gläsernen Sarg, der in einem eigens aufgerichteten Mausoleum an der Kremlmauer aufgestellt ist, in die Gesichtszüge eines 53 Jahre alten Mannes, dessen Leben ein allzu frühes Ende gefunden hat. Rosa Luxemburg, 1871 bis 1919. Eisiger Nebel liegt an jenem 15. Januar 1990. Zaristische Polizei sieht dem Treiben nicht lange zu und nimmt die Anführer in Haft. 15 Monate sitzt Wladimir im Gefängnis. Im Anschluss an die Haft muss er für weitere drei Jahre nach Sibirien in die Verbannung. In dieser Zeit ist er aber keineswegs unglücklich und untätig. Er verbringt viel Zeit in der freien Natur und ist, abgesehen von der polizeilichen Meldepflicht, frei. Vor allem aber ist er nicht allein. Seine Freundin und Mitstreiterin Nadeshta Krupskaya teilt mit ihm die Verbannung. Im Jahr 1898 heiraten die beiden. Nadeshta wird ihm sein Leben lang nicht nur treue Gefährten, sondern auch engste Mitarbeiterin sein. Heimlich kann Wladimir Iljic-Uljanov Korrespondenz mit anderen marxistischen Führern pflegen und verfasst analytisch scharfe Werke, etwa über die Entwicklung des Kapitalismus in Russland. An der Gründung der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands, die sich während seiner Zeit in Sibirien formiert, ist er jedoch nicht beteiligt. Die Verbannung nach Sibirien endet am 10. Februar 1900. Da es ihm weiter untersagt ist, sich in einer Großstadt niederzulassen, entschließt er sich, ins Exil zu gehen. Die nächsten fünf Jahre hält sich der junge Mann vor allem in Deutschland und der Schweiz auf. Dort nimmt er auch seinen politischen Decknamen Lenin an. In München wohnt er von 1900 bis 1903 als Dr. Jordan Jordanov. Hier gründet er zusammen mit anderen russischen Exilanten die Zeitung Iskra, zu deutsch der Funke. Das illegal verbreitete Blatt soll zum zentralen Sprachrohr der über ganz Russland sowie im westeuropäischen Exil verstreuten marxistischen Gruppen werden. In der Iskra veröffentlicht Lenin im Jahr 1902 auch den Aufsatz »Was tun«, in dem er erstmals die Grundzüge dessen entwirft, was man später als Leninismus bezeichnen wird. Eine Partei aus Berufsrevolutionären soll als Vorhut der Arbeiterklasse fungieren, und das revolutionäre Bewusstsein von außen in die Arbeiterschaft hineintragen. Mit dieser Idee nimmt Lenin eine Gegenposition zur herrschenden Meinung ein, die besagt, dass der entfesselte Kapitalismus das Proletariat wie von selbst zu Revolution und Sozialismus treibt, und die Rolle einer sozialrevolutionären Partei nur darin bestehen könne, diesen Kampf insbesondere auf einer internationalen Ebene zu koordinieren. Auf dem zweiten Parteitag der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei Russlands wirbt Lenin im Jahr 1903 für seine Ideen. »Gebt uns eine schlagkräftige Organisation von Berufsrevolutionären«, ruft er den Delegierten zu, »und wir werden in Russland den Umsturz schaffen«. Als sich für diesen ihm so wichtigen Punkt keine Mehrheit abzeichnet, betreibt Lenin die Spaltung der Partei. Lenin präsentiert sich auf der politischen Bühne absolut kompromisslos. So wundert es nicht, dass es ihm auch in der Folge nicht gelingt, die russische Arbeiterpartei ganz hinter sich und seine Ziele zu bringen. Nach Jahren heftigster Auseinandersetzung wird es im Jahr 1912 zum endgültigen Bruch der russischen Arbeiterbewegung kommen. Im Jahr 1905, als das Zarenreich eine schmerzliche Niederlage im Krieg gegen Japan einstecken muss, ist der erhoffte Umsturz zum Greifen nahe. Lenin kehrt in die Heimat zurück, um die revolutionäre Stimmung weiter anzufachen. Ohne Erfolg. Mit erheblichen politischen Zugeständnissen gelingt es Zahnikolaus II., die Lage zu entschärfen. Lenin bleibt nichts anderes übrig, als sich erneut ins Ausland abzusetzen. 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus. Die Staaten Europas machen mobil. Allenthalben unterstützen auch die sozialdemokratischen Parteien den Krieg als notwendige Verteidigung des Vaterlandes. Lenin ist entsetzt. In seinen Augen lassen sich die Arbeiter und ihre Parteifunktionäre vor den schmutzigen Karren eines kapitalistisch motivierten Krieges spannen. Der wahre Feind des Arbeiters ist doch nicht der Arbeiter im gegenüberliegenden Schützengraben, sondern der Kapitalist zu Hause. Und so fordert er, den Weltkrieg in einen Bürgerkrieg zu verwandeln, mit dem Ziel einer sozialistischen Revolution. Doch mit diesem Aufruf steht Lenin in der sozialistischen Bewegung allein da. Wer diesen Krieg nicht will, der will Frieden, aber keinen anderen Krieg. Enttäuscht setzt sich Lenin wieder an seinen Schreibtisch und verfasst das Buch »Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus«. Er führt aus, dass der revolutionäre Funke überall zünden könne, auch im rückständigen Zarenreich und von dort auf die anderen Länder überspringen werde. Die russische Revolution als Prolog zur sozialistischen Weltrevolution – in seinem Kopf ist alles reif für die historische Wende. Dass es schon in wenigen Monaten so weit sein wird, daran glaubt aber nicht einmal der zunehmend frustrierte Lenin selbst. Doch als das zaristische Regime Anfang 1917 von den aufständischen Arbeitern und Soldaten hinweggefegt wird, ist Lenins Stunde gekommen. Innerhalb kürzester Zeit schwingt er sich zur zentralen Figur der Revolution auf. Pikanterweise ist ihm das kaiserliche Deutschland, das ansonsten ja nicht gerade als Förderer der revolutionären Sache in Erscheinung tritt, behilflich. Die Regierung gestattet Lenin und anderen prominenten Kommunisten, in einem versiegelten D-Zug von der Schweiz über deutsches Territorium nach Skandinavien zu reisen. Von dort geht es weiter nach Russland. Das Kalkül der Deutschen ist einfach. Sie wollen den Kriegsgegner Russland weiter destabilisieren. Am 16. April, einen Monat nach der Abdankung des Zaren, trifft Lenin in St. Petersburg ein, das seit Ausbruch des Krieges den russischen Namen Petrograd trägt. Der Theoretiker erweist sich nun als ein Meister der revolutionären Tat, als man da einen unbeugsamen Machtwillen mit einem außergewöhnlichen Sinn für die richtige Taktik vereint. Schon am Tag nach seiner Ankunft trifft er genau die Stimmung im Volk, als er Frieden, Land und Brot fordert und die sofortige bedingungslose Beendigung des Krieges sowie eine umfassende Bodenreform in Aussicht stellt. Den Weg zur Machtübernahme hat Lenin bereits klar vor Augen. Unmittelbar nach der Februarrevolution hatten sich im ganzen Land Arbeiter- und Soldatenräte, die Sowjets, gebildet, in denen aber die gemäßigten Sozialisten die Mehrheit besitzen. Diese Sowjets haben ihre Macht an die provisorische Regierung abgegeben. Was wäre, wenn es gelänge, die Sowjets zu radikalisieren? Was wäre, wenn die Sowjets sich die Macht von Alexander Fyodorowitsch-Kiarensky und seiner provisorischen Regierung einfach wieder zurückholten? Ja, dann wäre der Weg frei für die Diktatur des Proletariats. Und so lautet Lenins Wahlspruch in jenen Tagen »Alle Macht den Sowjets«. Im Juli wird Lenin ein letztes Mal in den Untergrund gezwungen, von wo aus er unter hohem Risiko unermüdlich die Revolution vorbereitet. Im Oktober sieht er den richtigen Zeitpunkt gekommen. Denn da tritt der zweite allrussische Sowjetkongress zusammen und den gilt es, vor vollendete Tatsachen zu stellen. »Die Geschichte wird uns nicht verzeihen, wenn wir jetzt nicht die Macht ergreifen«, versucht er seinen zaudernden Parteigenossen begreiflich zu machen. Nach zehnstündiger, hitziger Debatte hat sich Lenin schließlich durchgesetzt. Als Tag des Umsturzes wird der 7. November 1917 festgelegt, beziehungsweise der 25. Oktober nach dem damals noch gültigen julianischen Kalender, daher auch der Name »Oktoberrevolution«. Die Machtübernahme durch Lenin und seine Bolschewiki ist eine weitgehend unblutige Angelegenheit. Bewaffnete Milizen besetzen die wichtigsten Punkte der Metropole Petrograd. Die Regierung Kierenski ergibt sich am Abend ohne viel Widerstand. Als der Sowjetkongress am nächsten Tag zusammentritt, ist die Stimmung zugunsten der siegreichen Bolschewiki umgeschlagen. Lenin wird mit überwältigender Mehrheit zum Vorsitzenden des Rates der Volkskommissare der neuen Regierung gewählt. Anfang 1918 schließt Lenin mit den Mittelmächten Deutschland und Österreich-Ungarn einen Separatfrieden, der Russland große Zugeständnisse abverlangt. Im Innern tobt da schon ein Bürgerkrieg, in dem die von Trotzki geführte Rote Armee die Zaristischen, die weißen Truppen, erst 1920 endgültig schlagen kann. Lenin, 1870 bis 1924, Anfang 1917. Es gärt in St. Petersburg unter den Frierenden, vom Hunger geplagten Arbeitern und Soldaten. Seit fast drei Jahren führt das Zarenreich Krieg gegen die Mittelmächte Deutschland und Österreich-Ungarn. Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Not des Volkes wird immer größer. Ende Februar kommt es zu einem Volksaufstand, dem sich auch die Soldaten in der russischen Hauptstadt anschließen. Eine Revolution beginnt. Der verhasste Zar Nikolaus II. wird zur Abdankung gezwungen und die Aufständischen formieren sich in sozialistischen Arbeiter- und Soldatenräten. Die politische Macht übernimmt jedoch fürs Erste eine bürgerlich geprägte, provisorische Regierung. Lenin, einen der führenden Köpfe der russischen Sozialisten, erreicht in Zürich die Nachricht vom Ende des Zarenreichs. Der 46-Jährige, der seit beinahe 20 Jahren nahezu ununterbrochen im Exil lebt, ist wie elektrisiert. Endlich ist sie da, die historische Chance, erstmals eine Diktatur des Proletariats zu installieren. Doch was machen die Genossen in der Heimat? Sie zaudern, anstatt entschlossen das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen. Für Lenin, den glühenden Berufsrevolutionär, steht fest, er muss sofort nach St. Petersburg. Nur er kann die sozialistische Revolution zum Erfolg führen. In einem alles andere als revolutionären Umfeld kommt Lenin als Wladimir Ilyich Ulyanov am 22. April 1870 in der Stadt Zimbursk an der Volga zur Welt. Die Familie Ulyanov ist wohlhabend und kultiviert. Vater Ilya Nikolajewitsch hat als Schulinspektor Karriere gemacht und Aufnahme in den Beamtenadel des Zarenreiches gefunden. Seine Frau Maria Alexandrovna, geborene Blank, stammt aus einer Volga-deutschen Familie. Die Atmosphäre im Haus Ulyanov ist liebevoll und warmherzig. Vater wie Mutter legen Wert auf Bildung, führen ihre sechs Kinder an Literatur und Musik heran. Wladimir entwickelt sich zu einem intellektuell wachen, körperlich starken jungen Mann, der sich schon als Schüler durch eine unbändige Wissbegier auszeichnet. Nach dem Abitur, das er als Jahrgangsbester ablegt, nimmt er an der Universität von Kazan das Studium der Rechtswissenschaften auf. Alles deutet darauf hin, dass aus diesem begabten Kopf ein hervorragender Jurist werden wird. Nichts jedoch darauf, dass hier ein Berufsrevolutionär heranwächst, der unter dem Namen Lenin die Welt verändern will. 1887 wird sein ältester Bruder Alexander verhaftet. Der Vorwurf, Teilnahme an einer Verschwörung zur Ermordung des Zaren. Alexander, inzwischen ein überzeugter Sozialrevolutionär, leugnet seine Beteiligung nicht und wird wenige Wochen später hingerichtet. Zu Hause in Zimbursk ist die Familie fassungslos. Keiner hatte von Alexanders revolutionärem Engagement gewusst. Die Familie muss nun mit dem Stigma leben, einen Staatsfeind hervorgebracht zu haben. Erst jetzt beginnen die übrigen Ulyanov-Kinder, sich für die Sache der sozialrevolutionären Bewegung zu interessieren, für die ihr Bruder sein Leben gelassen hat. Mit 17 wird der Jurastudent Wladimir Ilyich erstmals verhaftet, als er an einer verbotenen politischen Versammlung teilnimmt. Daraufhin muss er die Universität verlassen, setzt aber seine Studien im Privaten fort. Er wendet sich erstmals revolutionärer politischer Literatur zu. Das Kapital von Karl Marx verschlingt er regelrecht und bezeichnet sich fortan als Marxist. Nach mehreren vergeblichen Eingaben erhält er 1891 schließlich die Erlaubnis, sein Jura-Examen an der Universität in St. Petersburg abzulegen. Die Prüfung besteht damit Auszeichnung. In der Folgezeit ist er einige Jahre als Anwalt tätig. Sein Hauptinteresse gilt aber längst der revolutionären Sache. In der russischen Metropole St. Petersburg schließt sich Wladimir Ilyich Ulyanov den führenden marxistischen Zirkeln an. Auf einer Westeuropareise lernt er 1895 die im Exil lebenden Köpfe des russischen Marxismus kennen. Allen voran Georgi Plechanov. Zurück in Russland gelingt es ihm, die verschiedenen marxistischen Gruppierungen der Hauptstadt im Kampfbund zur Befreiung der Arbeiterklasse zu vereinen. Der Kampfbund nimmt zugleich seine Propagandaarbeit auf, um den Arbeitern die Grundlagen des Marxismus nahezubringen. Denn über Berlin Soldaten der Garde-Kavallerie schützen die Vision umringen, johlend eine Frau mit grauen Haaren und eingefallenen Wangen. Die Frau versucht, ihren ausgezehrten Körper in einem langen Mantel zu verbergen. Schmährufe werden laut, als sie, die man mit einem Stoß zum Weitergehen zwingt, die Halle des feudalen Edenhotels im Berliner Westen betritt. Die rote Rosa, die jüdische Hure, wie ihre Feinde sie abfällig nennen, hinkt stark. Doch würdevoll umklammert sie ihren kleinen Koffer und versucht, ihrer Behinderung Herr zu werden. Sie geht ihrem Schicksal mit der Überzeugung entgegen, das Richtige getan zu haben. Ich war, ich bin, ich werde sein. Denn sie weiß, dass sie etwas besitzt, was auch diese brutale Meute ihr nicht nehmen kann. Ihre wegweisende politische Überzeugung, ihren Glauben an die Ideen des Sozialismus und ihre Verdienste im Kampf gegen Unterdrückung und Militarismus. Die Frau, auf die sich der ganze Hass der Freikorpssoldaten richtet, ist die polnische Jüdin Rosa Luxemburg. Sie wird diesen Abend nicht überleben. Am Nachmittag des folgenden Tages ist in der Presse die offizielle Version der Geschehnisse zu lesen. Liebknecht, auf der Flucht erschossen, Rosa Luxemburg, von der Menge erschlagen. Nur selten hat Rosa Luxemburg über ihren Geburtsort Samosch in Russisch-Polen gesprochen, wo sie am 5. März 1871 das Licht der Welt erblickt. Schon 1873 zieht die jüdische Familie nach Warschau. Rosas Vater, Elias Luxemburg, ist Holzhändler. Seine Einkünfte bescheren der Familie einen bescheidenen Wohlstand. Die Erziehung der fünf Kinder liegt in den Händen von Mutter Lina, eine sanftmütige Frau. Sie ist die eigentliche moralische und geistige Autorität der Familie. Der Umgang im Hause Luxemburg ist von fortschrittlicher, aufgeklärter und toleranter Gesinnung geprägt. Am Leben der jüdischen Gemeinde nimmt die Familie nicht teil. Rosa, die Jüngste, ist der Liebling der Mutter, die ihre ganze Sensibilität und Bildung an ihre Tochter weitergibt. Das Mädchen mit den dunklen, verträumten Augen ist aufgeweckt, wissbegierig und sehr reif für ihr Alter. Sie spricht bald vier Sprachen. Neben Russisch, Polnisch und Deutsch lernt Rosa auch noch Französisch. Mit fünf Jahren erkrankt sie plötzlich an einem Hüftleiden. Fast ein Jahr lang kann sie die elterliche Wohnung nicht verlassen. Rosa lebt abgekapselt von der Welt und lernt, Träumen und Ideen nachzuhängen. Die Mutter bringt ihr in dieser Zeit Lesen und Schreiben bei. Als sie das Bett endlich wieder verlassen kann, stellt man fest, dass sie hinkt. Ein Bein ist unwiderruflich kürzer als das andere. Der daraus resultierende schleppende Gang wird sie zeitlebens begleiten und sie dem billigen Spott ihrer Gegner aussetzen. 1880 tritt Rosa in das Warschauer Mädchengymnasium ein. Eine Zeit der Kränkung beginnt, denn der Besuch des Gymnasiums ist in erster Linie russischen Mädchen und Töchtern des polnischen Adels vorbehalten. Rosa wird nur aufgrund ihrer außergewöhnlichen Begabung zugelassen. Aber als jüdisches Kind aus einfachen bürgerlichen Verhältnissen rangiert sie ganz unten in der Hierarchie. Welche anderen Möglichkeiten bleiben dem gedemütigten und dennoch stolzen Mädchen mit der zu großen Nase und dem schleppenden Gang, als durch hervorragende Leistungen zu glänzen? Sie wird in ihrer Klasse stets die Beste sein. Rosas politischer Werdegang beginnt früh. Die Schülerin liest Marx und Engels und ist bereits ab 1887 in verbotenen politischen Zirkeln aktiv, die gegen die russische Besetzung Polens kämpfen. Allerdings wird die Polizei bald auf die junge Revolutionärin aufmerksam. Auch die Schulleitung verdächtigt Rosa illegaler, subversiver Aktivitäten und verweigert ihr bei der Schulentlassung die goldene Medaille, die ihr eigentlich aufgrund ihrer Leistungen zusteht. Ihr politisches Engagement bringt Rosa zunehmend in Gefahr. 1889 flieht sie, versteckt unter dem Stroh eines Bauernwagens, in die Schweiz. Sie will an der Zürcher Universität, die als einzige europäische Hochschule ihre Tore für weibliche Studierwillige geöffnet hat, Geschichte und Wirtschaft studieren. 1897 wird sie ihr Studium mit einer Doktorarbeit über die industrielle Entwicklung Polens abschließen. In der Schweiz findet Rosa das ihr gemäße Asyl. Denn im Zürich der Jahrhundertwende versammeln sich die führenden russischen und polnischen Emigranten. Rosa das ihr gemäßt Vielen Dank.